Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn. Na meine Zauermäuschen, herzlich willkommen zum vierten Teil unseres Nail Art Grundkurses für Anfänger. Ja, die Sonne scheint hier in Dortmund gerade, deshalb werde ich mich jetzt einfach mal ein bisschen beeilen, weil ich will noch kurz nach draußen. Ja, wir werden heute Pigmente machen in Gold, dann noch große Steine verarbeiten, genauso wie kleine Steine verarbeiten, sodass der Schliff schön rauskommt und ja, legen wir los. So, kommen wir zu den Chromnägel bzw. zu den Pigmenten. Dazu muss ich direkt mal vorweggreifen, dass ich mich so ein bisschen an dem Produkt von Jollifin geärgert habe und zwar habe ich so ein kleines Set bestellt, da waren zwei Pigmente drin und diese Schminkstäbchen, damit wird das dann aufgetragen, das Pigment und da war auch dieser Clear UV Top Sealing Pro dabei. Das Zeug, also entweder war es in einer falschen, also entweder ist es eine schlechte Charge oder es ist einfach ein Grützprodukt. Also so ein *** Topcoat habe ich noch nie gehabt. Also da sind Verunreinigungen drin, also kleine Pünktchen, die du einfach nicht wegkriegst. Der Pinsel ist total hart und Grütze und das Gel ist total dick. Also entweder hat das mal einen Schlag Sonne abbekommen oder ich weiß es nicht. Also es ist wirklich schlecht, muss ich ganz einfach sagen. Da ich jetzt nichts anderes habe, muss ich den nehmen, weil wir brauchen unbedingt einen Topcoat, der keine Schwitzschicht hat. Das ist ganz wichtig bei diesen Pigmenten, deshalb werde ich den jetzt trotzdem mal nehmen und ihr werdet gleich sehen, warum der hier so blöd ist. Aber nicht lange quatschen, los geht's. Aber was braucht ihr jetzt eigentlich für Chromnägel bzw. Goldnägel oder Pigment? Ihr braucht auf jeden Fall einen Unterlack. Ich benutze hier ein Aprikot, weil ich gleich Gold machen möchte. Dann braucht ihr noch ein UV Topcoat ohne Schwitzschicht. Ganz wichtig, den braucht ihr wirklich ganz dringend. Dann natürlich das passende Pigment und ein Applikator, mit dem ihr das Pigment auf den Nagel bringt. Da geht natürlich auch einen Pinsel oder ihr könnt es sogar mit dem Finger machen, wenn ihr wollt. So, ich habe meinen Tipp vorbereitet. Ich werde heute dieses Gold benutzen. Und zwar braucht ihr vorher einen Lack, der drunter kommt. Das heißt, ein UV-Lack oder ein Farbgel, wie auch immer. Das muss auf jeden Fall vorher drunter. Bei Gold wäre gut Aprikot zu nehmen, weil dieses Pigment ist nicht komplett deckend. Deshalb nehmt vorher, wie gesagt, bei Gold Aprikot und bei Chrom bietet es sich schwarz an. Ja, ganz einfach. Ich werde jetzt Aprikot nehmen. Das ist jetzt auch von Jollefine, der ist aber vollkommen okay. Und dann wird das Ganze erstmal aufgetragen. Das Ganze macht ihr am besten nach dem Nachfallen des Aufbaugels. Das heißt, vor der Versiegelung tragt ihr diesen Shellac auf die angeraute Oberfläche des Nagels auf. Dabei darauf achten, dass ihr nicht an die Haut kommt. Ich habe jetzt hier natürlich keine Haut. Und dann kommt das Ganze in die Lampe rein. Dabei wirklich die Aushärtungszeit beachten. Denn bei Shellac kann da einiges schief gehen. Deshalb lieber zwei Minuten als nur eine Minute. Falls das Ganze nicht ganz abdeckt, dann natürlich zweimal auftragen. Damit wirklich das Gold nicht durchsichtig wird und eine schöne Oberfläche ergibt. Dann holt ihr das Ganze wieder aus der Lampe raus. Und dann werden wir das Ganze jetzt mit diesem besagten UV Top Ceiling Pro einstreichen. Ja, ihr werdet gleich sehen, woran es hapert. Also der muss wirklich mal einen Klatsch wegbekommen haben, die Charge oder wie auch immer. Weil man sieht jetzt hier schon so in der Spitze vor allen Dingen, dass da leichte Fussel oder kleine Hubbel sind, die ich beim besten Willen bei der ganzen Menge an Hubbel nicht weg bekomme. Ich versuche den jetzt einfach mal ein bisschen satter aufzutragen. Damit das vielleicht so ein bisschen ineinander verläuft. Könnte funktionieren. Könnte aber auch nicht funktionieren. Gucken wir mal. Das Ganze kommt jetzt mindestens zwei Minuten Lampe. Da müsst ihr jetzt wirklich die Härtungszeiten beachten. Denn das darf nicht feucht sein. Das muss wirklich komplett durchgehärtet sein. Es ist wirklich wichtig, dass es eine Versiegelung ist, die keine Schwitzschicht hat. Denn wenn ihr das auf eine Schwitzschicht auftragt, dann wird das Ganze matt, würde ich jetzt mal sagen. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Farbgel darunter machen. Nicht unbedingt ein Apriko. Es ändert dann natürlich auch die Farbe des Chrom oder des Pigments. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Blau nehmt und dann ein silbernes Pigment drauf macht, dann wird es so Chromblau. Ja, müsst ihr euch mal so ein bisschen durchprobieren. Also für Gold empfehle ich euch wirklich Apriko oder irgendwie so ein Rosaton. Und für Silber bzw. Chrom auf jeden Fall Schwarz. So, nach zwei, zweieinhalb Minuten nehmt ihr das Ganze dann wieder aus der Lampe raus. Und dann schnappen wir uns unser Pigment. In diesem Fall ist es natürlich Gold. Und so ein Applikator. Welche Seite ihr jetzt hier nehmt, ist natürlich euch überlassen. Und dann fangen wir an, das Gold in die gehärtete Versiegelung einzumassieren. Dabei ruhig richtig schön festdrücken, einmassieren. So, und so sieht das Ganze dann aus. Das müssen wir jetzt natürlich noch versiegeln. Vorher mache ich immer ganz gerne noch einmal mit einer Silette drüber, um die überschüssigen Pigmente zu entfernen. Und dann lege ich das jetzt erstmal hier beiseite und räume das hier mal weg. Beim Versiegeln müssen wir jetzt natürlich drauf achten. Das ist jetzt eine sehr glatte Oberfläche. Das heißt, Versiegelung wird da sehr schwer drauf haften. Da würde ich euch empfehlen, die Ränder der Modellage bzw. des Nagels einmal so ein bisschen anzurauen. Mit einer Pfeile oder mit einem Buffer. Wirklich an der Spitze. Einfach nur hier so ein bisschen an den Seiten entlang gehen mit einer Pfeile. Vorne auch ganz wichtig. Möglich überall einmal die Kanten anrauen. Also unten drunter die Kanten. Nicht, dass hier das Gold wieder wegfeilt. Und dann nehmen wir eine Versiegelung. Da würde ich euch empfehlen eine Versiegelung mit Schwitzschicht. Weil Versiegelungen ohne Schwitzschicht sind meist acrylhaltig und sehr hart. Das heißt, es könnte gerne mal reißen oder kleine Risse, Mikrorisse geben. Und das sieht natürlich blöd aus. Deshalb eine Versiegelung mit Schwitzschicht würde ich euch immer empfehlen. Und dann tragen wir das Ganze einmal hier auf. Dabei müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr auch die Kanten unten drunter, die ihr angeraut habt, mit einstreicht. Ganz wichtig. Damit das Ganze natürlich auch so gut wie möglich hält. Und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe zum Aushärten. Wieder so, ja, zwei Minuten würde ich sagen. Danach könnt ihr das Ganze ganz normal abcleanern. Nagelöl und dann seid ihr mit den goldenen Nägeln fertig. So, last but not least kommen wir jetzt zu den großen Steinen. Aber was braucht ihr, um die auf den Nagel drauf zu kleben? Ihr braucht, um große Steine auf den Nagel zu bringen, erstmal große Steine. Ich habe jetzt welche von Swarovski organisiert aus dem Bastelladen. Ihr könnt ihn natürlich auch bei einem gut sortierten Nagelhersteller bestellen. Zum zweiten braucht ihr dann irgendwas, um die Steine auf den Nagel zu bringen. Ich habe jetzt hier eine Pinzette. Ihr könnt natürlich auch einen Nailart Picker nehmen. Dann Nagelkleber, ganz wichtig. Und ihr braucht noch einen dünnen alten Pinsel oder neuen Pinsel, wie auch immer, um dann noch Versiegelung auf den Nagel aufzutragen. So, nehmen wir mal die dicken Steine zuerst. Und zwar kleben wir die jetzt nach der letzten, aller 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 letzten Schicht auf. Das heißt nach der Versiegelungsschicht. Natürlich noch kein Nagelöl drauf machen, weil dann würde es wahrscheinlich nicht wirklich haften. Und zwar machen wir das Ganze jetzt folgendermaßen. Ich habe hier meinen Nagel, da ist jetzt natürlich Versiegelung drauf. Und dann nehmen wir uns den Nagelkleber. Ich nehme jetzt hier immer so gerne eine Trägerfolie von Schablonen. Und zwar dafür, um einen Tropfen von dem Kleber da drauf zu geben. Den brauchen wir nämlich gleich. Und dann nehmen wir unseren Nagel, suchen uns eine Stelle, wo wir den Stein hinkleben möchten. Und dann nehmen wir uns ein wenig von dem Nagelkleber dahin, wo wir den Stein haben wollen. Und dann nehmen wir uns den Stein. Ja, ich nehme jetzt hier einfach mal eine Pinzette. Ich könnte natürlich auch einen Picker nehmen. Und dann drücken wir das Ganze in den Kleber rein. Nagelkleber ist Kontaktkleber. Das heißt, sobald der Stein auf dem Nagel ist und ihr das Ganze so für ca. 2-3 Sekunden festdrückt, ist der auf jeden Fall schon mal bombenfest. Das heißt, der wackelt hier schon mal nicht mehr hin und her. Das heißt, er ist auf jeden Fall fest. Das Ganze könnt ihr dann natürlich auch noch mit kleineren Steinen machen. Das hier ist jetzt eine Nummer kleiner von Swarovski. Auch wieder dasselbe Prozedur. Ein wenig Kleber. Dann hier dahin, wo ihr den Stein auch immer hin haben wollt. Mal jetzt hier mal zwei. Dann nehmt ihr euren Stein und drückt ihn in den Kleber rein für ein paar Sekunden. So, um den ganzen dann noch etwas besseren Halt zu geben, nehmen wir uns jetzt noch eine Versiegelung. Am besten eine Versiegelung ohne Schwitzschicht. Ich nehme jetzt mal hier diesen komischen von Jolefin, weil den muss ich ja eh irgendwie verbrauchen. Und dann nehmen wir uns einen kleinen Pinsel. Ich habe jetzt hier einen ganz alten Nähladpinsel. Nehmen uns ein wenig Versiegelung auf diesen Pinsel. Und dann streichen wir um die Steine herum ein wenig Versiegelung. So geben wir dem ganzen quasi eine kleine Fassung. Und der Stein ist wieder ein wenig sicherer und kann nicht so schnell flöten gehen. Einfach um den Stein aber so ein bisschen rum gehen. Oder einfach nur ein paar Punkte setzen. Das reicht meistens auch. So, und dann ist das auch schon fertig. Dann nur noch in die Lampe rein und die Modellage ist fertig. Das Ganze könnt ihr dann natürlich auch noch mit Applikationen größeren machen, wie Schleifen oder was es da auch immer gibt. Das funktioniert eigentlich überall ganz gut. Einfach Nagelkleber, ein bisschen Versiegelung und schon hält das Ganze relativ gut auf dem Nagel. Und das war es auch schon mit dem vierten Teil unseres Nail Art Grundkurses. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich sehr freuen. Euer Chris.